Und zum Frequent Traveller Weekend, Weekend Update, Update Nummer 15. Ja, so viele Wochen haben wir dieses Jahr schon gehabt und ihr seht bei mir im Hintergrund, wir sind am Flughafen Zürich Airport, Uhrzeit 13.41 Uhr. Wir werden nicht live senden, aber semi-live. Heute habe ich euch auch einige Themen mitgebracht. Ein Thema zum Beispiel ist, Lufthansa hat den Sale ab Amsterdam verlängert. Ja, ganz genau, First Class und Business Class. Air France bekommt die Milliardenförderung, die EU hat dem zugestimmt. Und Lufthansa will im Gegenzug ihre Milliarden, die sie als Kredit bekommen haben, zurückbezahlen. Washington, die Lounge geht zu Priority Pass. Und wer welche, die Lufthansa Business Class Lounge, wird eine Priority Pass Lounge als Business Class Lounge von Lufthansa. Ansonsten, wer Meilen sammeln möchte, Fokus-Abo 20.130 Meilen. Ich lese es ab, damit ich euch nichts falsches sage. Aber mehr Infos wie immer nach dem Intro. Ihr wisst ja wie immer, für den Kanal ein Subscribe da lassen, Daumen hoch, Daumen runter, damit ihr uns einfach unterstützt. Und funktioniert natürlich bei uns auch immer wieder die Kommentarfunktion. Deshalb benutzt diese und wir können dann in den Dialog eintreten. Zum Beispiel, welches Thema ihr heute nicht vorgefunden habt, wo ihr sagt, das hättest du nochmal sagen müssen. Oder wenn ihr zu einem Thema eine Frage habt, lasst uns direkt in das erste Thema einsteigen. Das erste Thema ist Chris Flyer. Warum? Weil Chris Flyer jetzt eine Aktion hat, wo man ohne zu fliegen den Goldstatus bekommen kann. Ja, ganz genau. Alleine durch einen Punkte- oder Meilentransfer kann ich bei Singapur Airlines einen Starlines-Goldstatus schaffen. Der klassische Weg wäre einfach der Membership-Rewards-Weg. Heißt also, wer 350.000, sind es 350.000? Ich meine, es sind 350.000, nein, 375.000. Ich habe doch gemerkt, dass das falsch war. 350.000 Punkte, die könnt ihr überrubbeln. Dann sind das 250.000 bei Chris Flyer ein Punkten und 50.000 Statuspunkte. Damit habt ihr den Starlines-Goldstatus. Wer sagt, hey, ich will nicht auf die volle Show gehen, mir reicht der Silber. Da reicht dann die Hälfte, heißt also 187.000 Membership-Rewards-Punkte, die rübergeschoben werden müssen. Und ihr bekommt dann den Starlines-Silber. Es geht natürlich auch anders. Man kann von anderen Programmen zu Chris Flyer rüber schrubbeln, hätte ich fast gesagt. Aber das ist der einfachste Weg in meinen Augen. Vorteil vom Starlines-Gold, muss ich darauf noch eingehen. Ich mache es einfach mal. Priority-Check-In-Lounge-Zugang. Ja, ganz genau, Senator-Lounge-Zugang könnt ihr sogar haben. Ihr kommt in diese Starlines-Lounges rein. Mehr Gepäck dürft ihr mitnehmen. Und natürlich, was bei Singapur Airlines unter anderem sehr toll ist, ist, dass ihr eine bessere Verfügbarkeit habt von Flügen. Weil ihr habt ja mal einen transferiert, die könnt ihr dann natürlich da auch verfrühstücken. Die mehr Punkte werde ich jetzt nicht darauf eingehen, weil ihr wisst das ja. Also ich will euch nicht langweilen. Und wieder zum nächsten Thema. Boeing 737 MAX macht wieder Probleme. Ja, sie macht Probleme. Es gibt da wohl ein Problem mit einem Erdungskabel. Ganz habe ich es nicht verstanden. Einige Fluggesellschaften in den USA haben auch wirklich die Flugzeuge jetzt gegraunet, um da nochmal nachzugucken. Southwest hat das gemacht. 16 Kunden sind es an der Zahl. Also insofern wird da von einem Produktionsproblem gesprochen. Ich will aber auch nicht weiter von der MAX reden, weil, hey, MAX haben wir fast jede Woche ein Thema. Deshalb lasst uns zu einem schöneren Thema kommen. Lufthansa First Class. Christina Förster, Vorstand für Sustainability zum Beispiel, für Nachhaltigkeit bei der Lufthansa, hat sich auch zum Thema Lufthansa und First Class geäußert. Man hat gesagt, die Lufthansa gibt ein ganz klares Commitment zur First Class ab. Es gibt nicht nur die Überlegung, die First Class beizubehalten, sondern auch zu erneuern. Also es soll ein neues Produkt bekommen. Leider werden die 380er nicht wiederkommen. Die 340er, 600er werden nicht wiederkommen. 380er ist nicht ganz offiziell, aber das ist halt unwahrscheinlich, dass die wiederkommen. Ich persönlich hoffe natürlich, dass die wiederkommen. Also hätte man nur noch ein Flugzeug, die 747-8 mit einer First Class. Deshalb schaut man einfach, ob man die First Class nicht auch in anderen Modellen unterbringen kann. Da gibt es zum Beispiel die 777X, die kommen soll 2024. Oder vielleicht eine bestehende Flotte von den 350 900er, dass man die einbaut. Und für mich die beste Nachricht, die First Class Terminal kommt wieder, heißt also, es macht wieder auf. Es wird nicht abgerissen, wie so oft gesagt wird. Es wird nicht in irgendeiner Art und Weise ersetzt werden. Das Ziel ist ganz klar, dass man das First Class Terminal wieder aufmachen möchte. Natürlich werden erst die Lounges in A und B zuerst aufmachen, höchstwahrscheinlich, und dann die FCT. Aber im Moment ist es halt mit den Passagierzahlen aus Lufthansa-Sicht nicht nachhaltig, das zu machen. Heißt also, es geht wirklich darum, dass man das Geld nicht ausgeben möchte, ohne Sinn und Verstand. Ich habe mal eine Zahl gehört, 25 Passagiere pro Tag. Und da wollen wir ehrlich sagen, hey, auf einem Tag 25 Passagiere in die FCT reinzuhören. Macht keinen Sinn und es dürfte ja auch eh kein Essen ausgegeben werden. Ja, auch der Horn Circle bleibt exklusiv und attraktiv natürlich. Das heißt also, man bekennt sich auch ganz klar zu seinem Premium-Kunden und zu seinem Produkt. Da kann ich euch jetzt auch eine Auflösung geben. Warum bin ich überhaupt in Zürich? Wir waren gerade in Buenos Aires, sind auf dem Rückweg und wir haben für euch dann das gestern nicht mehr geschafft, in Buenos Aires zu machen. Deshalb machen wir es heute in Zürich. Also etwas verspätet. Und bitte beachtet, ihr seht hier die Live-Abflüge. Also es sind schon wieder mehr Flüge, die hier abgehen als vorher oder vor der Pandemie. Letztes Thema wie immer. RKI. Das heißt, das Robert-Koch-Institut hat wieder die Zahlen bekannt gegeben, hat aber auch wieder neue Hochinzidenzgebiete preisgegeben. Das sind Armenien, Kroatien, Türkei, Ukraine, hat auch neue Risikogebiete, also eine Stufe drunter. Finnland, wobei da die Regionen ja unerheblich sind, weil im Prinzip die meisten ja eh in Helsinki wären. Das gilt als Hochinzidenzgebiet, genau wie Lettland. Das ist Arab gestuft worden, Malta ist herabgestuft worden und die Slowakei. Und was kein Risikogebiet mehr ist, ist auch wieder eine Region in Finnland. Also insofern, seht ihr, es gibt in Finnland alles, was man haben möchte, von keinem bis hohem Inzidenzgebiet. Und ganz, ganz wichtig, Israel ist kein Hochrisiko oder Inzidenz- oder Risikogebiet mehr. Wäre quasi wie Mallorca, ihr könnt wieder hinfliegen, aber denkt dran, 48 Stunden PCR-Test. Das war es auch schon für heute. Wir waren heute wieder etwas kürzer. Ich fand einfach, dass diese Woche leider nicht viel passiert ist. Wenn ihr der Meinung seid, ihr wollt noch einen Beitrag, wo ihr sagt, das Thema hat wirklich gefehlt, schreibt es hier rein oder kommt in den Clubhouse-Talk. Ich kann euch Clubhouse empfehlen, da haben wir unseren täglichen Talk heute um Viertel nach acht wieder. Also ich freue mich, bis dann. Ciao beim nächsten Mal zum Frequent Traveller TV Update. Das war's für heute.